Ach du dreckiger. Hier haben wir noch einen. Ah ja, komm, den holen wir uns. Ne, jetzt lass doch prison gehen, du da. Ja, ja, der will ja auch prison gehen. Aber auf dem Weg nehmen wir den noch mit. Okay, so gut. In die Hölle. Auf mehr Hits. Bye. Geht linker Turm. Geht Hubschrauber. Leider Hubschrauber. Geht Hubschrauber. Ah, der Wichser, ja. Anti-Bisch. Der Schuhbreak. Im Heli. Genockt. Hehehehehe. Nice. Du Kack. What the fuck, wir haben gerade noch die drehenden Rotorblätter Schaden gemacht. Einer ist, Vierling, oben auf dem einen Turm. Okay. Ist abgesprungen, Westseite der Mauer. Oh, ja. Oh, shit. Shit. Ist er auf dem Turm oben drauf, oder was? Ja, ja. Wow. Der hat mir gerade eine Granate gedrückt, der Wichser. Bei mir ist hier oben einer. Du müsst mich eigentlich verarschen. Der Schuhbreak. Oben am Turm ist einer, ne? Jawoll. K.O. Nice. Gut. Ah, sein Ball kommt. Nein, nein, nein. Noch einer, noch einer springt, noch einer springt. Shit, 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 shit. Give them some choice words or smash their mug in the world way, son. Einen haben wir auf Vierling, ne? Der Hutschrauber hat übrigens nichts mehr. Der ist jetzt auf mich fokussiert, jetzt kannst du hin. Vielleicht. Get ready to fight. You're next. Ah, shit, that's worst. Shit. Shit, shit. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Der ist hier, der ist hier. Repositioning. Ah, der hat nicht gesehen, der kleine Mixer. Repositioning. Ja, ja. Hinter dir, hinter dir. Oh, ja. Hab ihn. Noch einer? Noch einer kommt, noch einer. Bei der Tür. Bei der Tür. Ja, ja. Hab ihn. Boah. Boah. Junge. Das ist richtig gut gemacht, Alter. Boah. 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 Du bist komplett überflüssig. Nein, Spaß. Boah, Junge. Auch noch Munition gehabt. Alter. Da. Das war echt wild. Das war echt wild. Die letzte Kiste, die letzte Kiste wird wild. Weil wir keinen Chopper mehr haben. Also der Hinweb ist da. Sonst habst du dich heute ausprobiert. Man kann. In einem Satz dahin fliegen. Wir können übrigens einen Lowdown choppen. Ja, lass mal das machen. Feinspringer. Springer. Zum Heli. Ja. Beschieß den Hubschrauber, der hat nichts mehr. Ja. Ein Pellingshot. Der ist auf Vierling. Ein Vierling. Hast du ihn genockt, oder was? Nein, nein. Hier. Achso. Der ist auf Vierling draus. Nee, ist er nicht. What? Okay. Enemy Marked. Oh, ja. Boah, Junge ist diese Waffe scheiße, Alter. Der sitzt da fest. Der sterben ist ihm an der Mauer. Nee, der läuft hinten weg. Ja, echt jetzt, Alter. Relocating. Da ist er. Enemy Marked. Einmal stehen bleiben. Komme, Boys. Ich komme. Keine Sorge. Ich pushe den jetzt. Keine Sorge. Nein, lass mich ihn wegsnipen. Na gut, ja. Fuck. Wo ist er denn? Philipp, bitte pushe den. Irgendwo hier unten. What? Der ist einfach an dir vorbeigelobt. Ja. Alter Pfarralter. Schwere Geburt. Oh, ich krieg Schüsse von der Brücke. Schüsse von der Brücke. Hat Hits. Hier. Moving here. Fuck. Ja, muss ich mich hinten hoch sein. Ich sitze jetzt hier ein bisschen fest. Fuck. Ja, ich versuch mich. Nee, nee, du kannst schon. Kann ich mich da hoch sein? Ah ja, warte, der ist jetzt hier drin. Wo ist er drin? Der geht Richtung Shop. Oh, der bewegt sich ja wie so ein Gehuren so, ne? Achso, wir haben den Stream. Kannst den ping? Ja, da ist noch. Achso, der, das bist du. Shield Break, er Shield Break. Ist jetzt hier. Hat was geworfen nach links. Oh, der ist nicht enttäuscht. Der hat mir Tollstein geworfen. Ist hinter dem Stein. Ja, ja. Ab ihn. Nice. Ja, das ist noch von der in die. So, ich lass den Schuhe. Ich wollte das M16 fallen, falls jemand Bock hat. Reagierst du überhaupt, Alfons? Gib mir die Nacht, das ist dann. Alter, nehmt mal bitte, nehmt euch mal bitte meine neue Meta-Scar. Ja, das ist schon wieder, das ist schon wieder so ein Rot zusammengebaut. Äh, das ist die Meta. Gebt ihr noch zwei Wochen, dann hat die jeder. Sag mal her. Sag mal her. Sag mal her. Wie gesagt, wenn ich jemals mit dieser Waffe geklebt werde, reinstalliere ich das Spiel, ändere meinen Namen. Mieter-Granatwerfer, nicht schlecht, Bruder, nicht schlecht, ich brauche jetzt keine. Gib mal Gas für die Gasmaske. Genial. Genial. Lass mal Superdrohne poppen. Wir haben hier am Shop ein Team, alles klar, ich mach die erste, also, dann mach ich noch eine an. Ja, ist an. Was? Requesting Recon. Möchte jemand, die Stopping Power oder auch nicht? Ah doch, das war meine. Soll ich noch eine Moneybox kaufen, damit wir sie haben? Ich hab eine. 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 Oh shit, ja, ich hab eine gekauft, Digga, das war kein Wisch. Ne, du darfst keine kaufen. Ne, ich stell mich vor dich. Ich stell mich vor dich. Bist ich jetzt, du Knüsch. RTV for Resupply. Nein. Du hast echt eine Waffe dafür verlassen. Ja, doch. Du hattest schon eine, du Monge. Hey, du hattest schon eine, du Monge. Oh, Herr Power. Digga, boah, das sag ich samts, ne. Das nächste Mal, wenn du ihn fertig machst, dann sag ich, dass du eine gekauft hast, obwohl ich habe mich so getriggert mit eurer gasmaske, dass ich gar nicht aufgepasst habe, das ist gemein. Ja, von dem Turm aus, wo Alfons ist, schafft das nicht. Aber von dem Turm aus, der muss nur schrecken. Ja, ich muss laufen, aber. Ja, ich weiß nicht, doch schon die Tendenz zu lügen und zu betrügen. Okay, Bruder, das verletzt mich jetzt besser. Nein, ich bin ja ganz ehrlich gesagt. Na ja, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, ne? So, was sagt jetzt die nächste Zone? Hier oben sind vermutlich welche drauf. Ja, ja. Da haben wir auch noch was bekommen. Hier hin? So ist das Gebäude. Ja, okay. Ah, da hat man sogar ein bisschen Deckung, ne? Ja. Ja. Ich glaube alleine, aber ich glaube die brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja. Ne. Heli. Schau mal mit dem Scout, da ist einer drauf, mit dem Scout sehe ich aber nur einen. das war keine gute Idee. Es lebt nur noch einer von denen. Ich geh grad die Leiter hoch. Der snipet auf mich von Richtig 202, genau hier. Uh, steht hier hinter uns, hinten, unten, unten, unten. Shit, komme. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich muss kurz nur Platten schieben, dann komme ich. Die werden geclustert. Hier ist einer. Mein Dach ist frei. Oh, einer K.O. Jawohl. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab so ein Self. Das passt schon, ja, ja. Ich wurde gedauert. Dach nebenan. Richtung Süden. Das Dach Richtung Süden. Der Gas ist in den. Wir werden ihn nicht in die Flamenzone nehmen. Wir sind da hinten. Nein, ein Dach weiter. Habt ihr noch? Hast du noch Platten, Grigori? Leider nicht. Jungs, der ist hier. Ah, der ist gegen, der ist. Jawohl. Einer K.O. Hier. Der muss ein Selfless haben. Ich hab übrigens keinen mehr, ne? Ja, ja. Ich leg da auf die Plattenkiste, Jungs. Ja, ja. Legt. Und Dotson auch, ne? Ja, Fahrzeug auch. Oh, was kommt denn her, was? shit ich hab gerade noch ungefähr drei leute gekillt na vielleicht hätten wir doch ein eher des moors entfernt so was für ein gemetzel